Selbsterkenntnis, Ausnahmsweise Was haben wir nur gemacht, dass man so über uns lacht? Kaum einer geht noch wählen, das Volk will uns wohl quälen. Wir werden es ignorieren, weil während wir regieren, wir keine Schmerzen spüren. Wo sollte das hinführen? Die Macht liegt uns in Händen. Sympathisch, wie wir es fänden, man würde uns mal loben, von unten nach hier oben. Was hat das Volk zu wollen? Wir tun nicht, was wir sollen, sondern nur das, was geht. Kein Egoist, die es je versteht. Wir sind doch hier die Macher und dann beim Posten Schacher, da wird, wer sich verdient gemacht, gut untergebracht. Man muss schon den Parteien ihren Egoismus verzeihen, weil jeder hier in diesem Staat seinen eigenen Vorteil wahrt. Und doch, ein Zweifel bleibt, wer Politik betreibt, der tut dies für den Rest. Das steht nun einmal fest. Wir sind nur Stellvertreter und des Volkes Gezeter. Was will uns das wohl sagen, ob wir mal danach fragen?